Görkem Saglam ist bei uns. Vor zwei Wochen hast du dein erstes Profitor geschossen. Wie war das für ein Gefühl und kannst du diesen Moment noch mal ein bisschen beschreiben? Ja, beschreiben ist eigentlich schwierig, weil solche Momente muss man eigentlich selber erleben, damit man weiß, was für ein Gefühl das ist, aber es war ein wichtiges Tor. Das Spiel war wichtig, wir haben die drei Punkte mitgenommen. Umso schöner war es natürlich, dass ich mein erstes, zweitiger Tor gemacht habe. Aber ich denke mal, für diese Momente lebt jeder Fußballer. Du bist sowohl gegen Dresden als auch gegen Wielefeld zum Einsatz gekommen. Wie hast du die beiden Partien gesehen? Ja, es waren zwei sehr schwierige und anstrengende Partien, vor allem in der ersten Halbzeit für uns. Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen, aber haben uns dann nach der Halbzeit immer wieder gefangen und gerafft und haben dann nach Dresden, nach den 90 Minuten, die drei Punkte mitgenommen. Und gegen Wielefeld haben wir noch den Ausgleich geschafft. Du hast es jetzt selbst angesprochen, es gab große Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit. Ihr seid jeweils nicht wirklich gut ins Spiel gekommen. Gibt es irgendeine Erklärung dafür? Ja, eine wirkliche Erklärung für eine schlechte Leistung gibt es ehrlich gesagt nie. Vielleicht, ich weiß nicht, wir kamen mit dem Gegner nicht zurecht oder wir haben einfach nicht ins Spiel gefunden, weil eigentlich, wenn wir unser Spiel aufziehen, dann haben wir wenig Gegner Chance gegen uns. Und das haben wir dann auch eigentlich in beiden Partien in der zweiten Halbzeit bewiesen. Sonntag geht es jetzt gegen 18,60. Was ist das für ein Gegner? Ja, 18,60 wird machen müssen, weil die drei Punkte brauchen. Die haben ein Heimspiel, das ist natürlich ein Vorteil für sie. Die Kulisse wird, denke ich mal, brummen. Aber wie gesagt, wenn wir unser Spiel aufziehen, dann wird es 18,60 auch schwierig haben. Zum Abschluss der Saison kommt dann noch St. Pauli zu uns an die Castropper. Was habt ihr euch als Mannschaft jetzt noch für die letzten beiden Spiele vorgenommen? Und hast du vielleicht auch noch ein persönliches Ziel? Als Mannschaft haben wir uns ganz klar sechs Punkte vorgenommen von den letzten zwei Spielen. Und ja, mein persönliches Ziel für die letzten zwei Spiele ist eigentlich so viele Spielminuten wie möglich und eventuell noch das ein oder andere Tor.